So, ich äh, grabe jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen Flint, weil nämlich, äh, dann mache ich nämlich nachher noch ein paar Pfeile. Boah, ich muss dir jetzt erstmal Ressourcen hochschleppen. So, John, ich komme, wo hast du die Dias? Ähm... Jetzt kommt er in meinem Inventar. Irgendwo, keine Ahnung wo. So... So soll ich dir dann mit Putsamkeit abbauen, ja, in deinem Inventar? Ja, ich baue dich mal kurz ab, ne? Chillt. Ich hab grad, ich war grad, ähm, ernsthaft erstaunt über die Geilheit von meiner Insel, die noch nicht mal ansatzweise fertig ist. Erstaunt über die Geilheit deiner Insel. Oh, ich hab die Dias gefunden. Und Lava. Das ist schon so ein krasser Satz, den ich da ihm gebracht habe. Nummer 7 dazwischen, okay, merken. 2, 3, 4, 7. Und nicht ernsthaft? Nego 2. Niko der 2. Niko der 2. Ja, ja, heute mit Zahl. Achso. Ah, fuck. Hast du ihm fuck gesagt? Das finde ich nicht gut. Finde ich auch voll in Ordnung. Boah, Alter, ich reiß hier heute glaub ich den Rekord rein mit ähm... mit den äh... Zitaten, oder was? Ja. Meinst du, das war auch ein Zitat wert? Eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Naja, eigentlich nicht. Ja gut, dann schade. Fuck, wo waren denn meine Dias? Ach da, ach nee, das waren... Das sind schon seine. Ja, so läuft's, ne? Hey Alex, unser Plan so, lass mal, lass mal heute allein sein, klappt irgendwie nicht so. Ja, wir sollten auch schnell aus der Konfer rausgehen. Wollt ihr allein sein, ist doch scheiße. Alter. Oh mein Gott, ich wär fast gestorben, weil ich so dumm war. Verdammt, hier hat's das nicht gut gesehen. Äh, Kalle, ich glaub die machen sich grad feinde. Ja, ja. Nicht zitieren, nicht zitieren. Hast nichts gehört. Es gibt nichts zu zitieren. Ich zähle deinen Namen, Kalle. Thumbs up. Nein. I broke your thumbs. I broke your thumbs. I break your thumbs. Verdammt, bin behindert. I break your thumbs up. I break your thumbs up. Ja, Kalle weiß wie's geht, ey. Der Babo, der Zitat-Babo. Okay, ich hab meine Tiers gefunden. Okay, erst um, äh, hier hinten sind übrigens noch welche, ne? Ich glaub Minecraft will mich offiziell sagen. Wohin? Bei mir noch, du musst noch weiter durchgehen. Okay, live on camera. Live on camera? Java neu installieren. Geil. Wobei, darfst du, blende ich lieber mal kurz die Monitoraufnahme aus? Ach, du nimmst ja auch mit OBS auf, ne? Ja. Ich hoffe mal OBS läuft nicht über Java. Weil sonst könnte ich jetzt nicht neu starten. Dann, wo bist du? Hier hinten noch, weiter den Gang durch. Was, ich wirklich? Ja, ich bin weiter den Gang durch. On camera krieg ich jetzt Java neu installiert. Ja, bei mir, den Gang durch. Was ist denn bei dir? Boah, Kalle, ey, peilst du's nicht, ey. Boah, ernsthaft. Kalle, ich komme mal kurz zu dir. Schniekst du gerade? Ey, Kalle? Nein, tu ich nicht. Okay, jetzt seh ich den Namen, jetzt seh ich den Namen. Da musst du durchkommen. Kalle, Kalle, Kalle. Hinten durch. Gar nicht. Kalle, zitiere mal bitte kurz. Ich installiere grad Java komplett neu. In, on camera. Nee, ist kein Zitat wert. Nee, find ich auch nicht. Wir sind gerade richtig gerne mit dir ausfahmen, ne? Wallah. Wie viel kriegst du, Nico? Ein Viertel, ne? Ich krieg ein Viertel, ja. 25%. Ja, Can, danke. Das ist mir erklärt, was ein Viertel ist. Bravo, wenn's um Zahlen geht, Alter. Ja, ich weiß, ich bin einfach. Zum Glück haben wir dich. Zum Glück haben wir dich einfach. Ja. Bin so froh, dass wir dich haben. Nein, soll nicht installiert werden. Weil ich könnte auch gerne auf dich verzichten, ne? Ähm, Nico? Ja? Darf ich dann, darf ich dann das abbauen? Weil dann krieg ich die Devil dazu. Für das. Äh, nee, du kannst aber nebendran stehen. Dann kriegst du nämlich die Devil und nicht ich. Okay. Weil da nämlich das Erfahrungskügelchen und nicht, äh, nicht direkt levelt an mich. Ich brauch ein Schild. Ey Nico, du musst doch dazu sagen, du willst mindestens ein Viertel der Level auch abhaben. Ja. Ja genau, ich will, ich will noch, also punktgenau, ne? Also auf das Erfahrungskügelchen. Ist mir wichtig. Ich hab dir die geilste Erfahrungsfahne gebraucht. Kann man eigentlich Erfahrungsflash den eigentlich irgendwie im normalen Survival finden? Nein. Kann man nicht. Die haben eine Aufnahme. Aber du kannst den Ender Dragon machen, hast du besser als Erfahrungskügelchen, hast du nämlich auf einmal 70 Level. Ja. Ja. Von jetzt auf gleich. Dias. Okay, wie viele? Weiß ich nicht. Zwei. Oder mehr. Oh shit, was mach ich da? In zwei oder mehr. Haha. Der kann noch ein bisschen spät. Nein. Gar nicht. Leider nur drei. Egal. Und wieder da. Ah, die Hühnerbombe, die Bilder. So, Java neu installiert. Wir haben wirklich on-camera-like Java neu installiert. Scheiße, was kann nur ich? Kann nur ich. Scheiße, was wollt ich machen? Wollst Java neu installieren. Nee, ich tue das Hühner. Stirb, Huhn! Scheiße. Endeffekt werde ich wahrscheinlich irgendwann Minecraft installieren müssen. Hey, Nico. Darf ich nachher mal ein bisschen bei dir Hühner killen? Ja, nach mir. Obwohl, du kannst in die Mine gehen. Oder wenn du willst, kannst du die Truhe einfach mal an dich annehmen und dir selbst einen Hühnerfarm machen. Da hab ich auch nichts gegen. Wenn du mir zeigst, wie die geht. Ja, ich kann dir helfen, die zu bauen, da hab ich kein Problem mit. Okay, ich hab eh on-mass redstone. Das brauchst du wirklich echt nicht viel. Kannst du ja bei mir gucken, wie viel redstone ich da drin stehen hab. Ja, ich weiß. Das ist echt nix. Stein wollte ich holen. Und ich wollte auch was anderes machen. Ich bin nämlich sowieso viel zu dumm. Einen Schild, ein Schild, ein Schild. Einen Schild? So, wenn's jetzt wieder klappt, dann bin ich eh enforcell im Ragen gleich. abschmier 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 also eins hättest du dir grad eben sparen können das war ja eigentlich wollte mein rechner so unglaublich laut auch wenn man das jetzt vielleicht nicht hört aber also ein kumpel wollte eigentlich noch kommen weil der hat jetzt komplett auf silence umgebaut und ich wollte mal wissen was das kostet wenn ich meinen rechner komplett auf silence umbaut es ist so schlimm du kannst dich nicht mehr konzentrieren richtig so das ist in der schule immer voll scheiße da muss man sich ja immer zurückhalten aber da kannst du da kannst du dann immer auf andere schieben ja das war der alex das ist nicht nennenswert was machst du da weg was ist eigentlich mit nils 8 jetzt sogar dabei stimmt jetzt ist nicht bei uns heute ist nicht einmal ausnahmsweise dabei musste anrufen nico per skype ja manchmal gleich fragen wo der ist man kann ja dann in einer 1 8 auch zum glück mal seinen namen ändern da freu ich mich ja da freu ich mich auch schon ja weißt du wie ich heiß da war nach heiß wie sein jedes mal gehnter der namen wirklich ändern nein nein ändern namen nicht das ist so geil alter ja ich werde ihn auch für immer behalten ich habe den auch extra so gewählt ist mein gamma name weißt du der color ist ja voll einfach zum lachen zu bringen ja letztes mal schon voll voll auf einem auf einem kack niveau also wirklich so so richtig zum ausdrücken ja das solltest du echt mal im proven hier einfach nur no wie war das noch mal bei was war das noch mal keine ahnung ich habe es auch vergessen ich habe es auch vergessen warframe oder irgendwas ja ich glaube das kann was sein mit kubi ja ja komm connecte ne ne einfach nur no einfach mal ne mit dir verrückt da kneif ich mir lieber die zehn ägel zusammen ja wer macht das nicht das auch ziemlich geiles das scheitig in mein war verstecken nico das hat braucht so dreck oder ja brauchst du wirst du haben ich habe ein bisschen was nur so ein bisschen weil ich glaube ich euch wirklich blöd bin oder das extra machen das ist extra denke ich ich mache es extra verdammt ein schild auch mein schild echt schon wieder wie viele einer zwei über zwei über 2000 menschen in deutschland können nicht minecraft spielen und ich hab's auch gar nicht so und schreiben und zitat schreiben das geht doch so über drei millionen deutschland kann nicht minecraft und zitate spielen zitate schreiben können nur die coolen ja jetzt habe ich gemeint habe ich noch irgendwo so gehört ich will auch so cool sein es können nur leute die 16 sind ey alex der abgang in die höhle ist das geil ist so behindert als er fickt euch also hier äh ich habe gehört alle die hier noch nicht 16 sind sind schwul auf jeden fall haben kleinen penis richtig aus der erde und müffeln nach äh kacke bratwurst tot nach tot hab ich gesagt nach bockwurst bist du in der totgeburt boah heute müffelst du richtig nach tot ey geht gar nicht klar muss ich mal ändern hier also so viele todgeburt heute hier oder der beste allmachspruch du stinkst lass mal duschen gehen ich habe meine nummer verloren kann ich deine haben ja natürlich der beste allmachspruch den ich bis jetzt gebracht habe der nicht geklappt hat war hey ich bin nico 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 echt verwunderlich mein bester ammachspruch war ja ähm wotda fack genau wotda fack wotda fack wotda fack wotda fack geister ammachspruch ever hä ich hab den ich hab den creeper gerade eben angegriffen und er explodiert trotzdem von meiner fresse ja sterbindert sterbindert was denn los mit dem der creeper hat einfach lust zu explodieren wot ichs denn wot ichs denn der sattig und gesagt oh scheiß lieber explodier ich als dass ich weiter mich mit dem abliebe bei creeper ist es so ne stell dir vor du bist in nem Shooter und hast nur eine einzige Kugel im lauf ne dann willst du halt auch mal knallen ahahaha war leider zu lang sonst würde ich es zitieren dann willst du auch mal weißt du es ist doch scheiße wenn du so zb wie in daisy spielst oder so und jetzt könnte ich wieder sagen dann kommst du dich zum schuss ohhhh alter halt die fresse ohne witz wie viele dias hast du dann dann schießt du halt nicht dann ne ja ich hab keine weil du die waffe dann hast du sogar noch ne waffe das ist mega gay im so sorry kein wenig schnuckipups ich hab 19 gerade also 19 blöcke ja richtig geil das heißt jerry kann sich dann endlich auch mal ne diapros play der hat die nicht verdient der hat die nicht verdient ohja nico wenn du dreck brauchst ich hab glaub ich ein bissl genug für dich wieviel hast du denn du ähhhhh hier ist eine komplette 64er also eine komplette reihe von der großen truhe plus noch ein paar einzustellen ach da fällt mir ein warte mal kurz ok mach mich gleich wieder hoch Can ne ja ja Can denk dran er baut sich hoch ich wollte spotify mal bewenden weil ich dann ansonsten gleich wieder wenn ich äh Can pass auf er baut sich hoch ok Can was denn Kalle hat's gesagt er baut sich gleich hoch pass mal auf ja ich weiß Kalle ich wollte so klar oh das ist auch noch ein Dias-Schwert ich wollte nur Hi sagen Kalle Kalle Wer von uns hat jetzt eigentlich noch keine Dias das würde mich mal interessieren Nils ja Nils Nils Ich will es nicht haben Kalle Ich pflanze jetzt bäume Ey Nigo baust du eigentlich da oben da ein Gottespast hin Gottespalast detain ball Kann ich natürlich machen Ok es ist offiziell Java ist Schiiss aber ich glaube dafür ist die Insel zu klein oder Ehh die wird noch größer die baue ich jetzt danach demnächst gleich mal Okay Dann könntest du da wirklich den Palast anbauen Ja, ich will da ja auch ein riesen Gebiet hindingsen, ne? Würde ich dir helfen, Boy. Kannst du ja auch gern machen, wenn du kommen willst. Heute ist echt schlimm, gell? Ja, man, heute ist da Wurm drin, möchte man fast sagen. Ne, heute ist da News drin. Ich glaube, er hat sich gepeilt. Ich weiß. Alle.